Weiter geht's in der Kernprobe. Mir gehen endgültig langsam die dummen Ansabelsprüche zum Start aus, aber Hauptsache der Mund bewegt sich, es kommen Töne raus, ne? Egal, Kernprobe, 9. Juli, Nerdquist-Kalender-Frage wie folgt. Hoffentlich fällt einem am Schluss nicht aus der Hand, wenn er mal abgesetzt ist. Auf welchem Handheld gab es die ersten Pokémon-Spiele? Naja gut, das ist jetzt nicht ganz so schwer, es sollte ja der Original-Gameboy gewesen sein. Ist auch der Gameboy, den man auseinanderschreibt übrigens. Aber egal, Original-Gameboy, yippie!